Der Pleb hat vergessen, ein Intro und Outro zu sprechen, deshalb die KI-Stimme. Hey Leute, was geht ab? Ich hab ein One vs. One gegen meinen besten Freund Eric in Rainbow Six Sieg gespielt, was sehr Spaß gemacht hat. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und viel Spaß mit dem Video. Ich dachte, sie kommen von rechts an gelaufen, also von hier aus, weil sie links. Passieren wir mal, ich kann es nichts kümmern, das wäre nicht gut gelaufen. Was ist denn? Das war gut. Wasserpistole, ich weiß, warum ich die nicht spiele, ich kann es einfach nicht. Noch schlimmer bin ich im One-Tappen, das ist einfach gar nicht. Das ist dem eher. Dem eher, okay. Wir machen ohne Blenden, oder? Blenden, was? Ja, mit Blenden. Blenden kann man oder was? Nein, nein, äh, Diffuser Blenden. Oh, ja, ohne, ja. Ach, Blenden, Alter, ich hab Blenden verstanden. Nein, Blenden. Ja. Wie, gefällt mir meine Empfindlichkeit immer noch nicht so sehr. Alter. Habt ihr dich nicht mal gesehen, ne? Irgendwo verraten. Ich hab dich eigentlich auch nicht. Hä? Ey, also bei dir, du standst ja komplett in meinem Sichtfeld, ne? Bei mir wieder Null. Ich hab dich wirklich nicht gesehen. Ey, ich, Mann, ich hasse... Das ist halt dieses Peak-Vorteil, der Alters ist Peak. Ja, du hast mir so einfach an die Ecke gelogen, ne? Mhm. Ich bin so kacke, Alter. Dann muss ich die nächste Waffe entscheiden. Das bringt mir auch nix. Ja, ich hasse dieses Spiel einfach. Bitter kacke, ey. Oh, was hat gar nicht gesagt? Ja, ne? Hm, ist das ein Zufall, dass wir genau dieselbe Shotgun haben? Ja, ich bin geil. Oh, Spawnpiken wird schon kein Alter. Mhm. Das ist ein Zufall, dass du mein Laser nicht siehst. Boah, da hab ich dann auch durchaus gar nicht drauf geachtet. Ja, ich... Ich glaub, ich hab auch Laser drauf. Hm, okay. Mehr hatte ich nicht. Hm. Haha. Oh, die Shotgun hab ich so lang nicht mehr gespielt, ey. Haha. Wie viele Male Shotgun, die ich noch nie gespielt hab? Ich glaub, ich hab die auch noch nie gespielt, ey. Wenn wir jetzt die noch dieselbe haben, dann wär's witzig. Ne, ich glaub, die gibt's nicht im Attack. Oh, okay. Die Shotgun gibt's nicht im Attack. Ah! Die Super 90. Ja. Gibt's die? Ne. Ne. Ja, ich spiel die, äh... Ja. Mach ich auch. Die Ita 12 L. Boah. Darf ich dich scannen eigentlich, oder? Ja, du kannst es auch so benutzen. Boah! Ja. Ja. Da haut der einfach ran. Nein. Hey. Fuck. Die Waffe, die Nomad und Kite hat. Ja. Natürlich. Elektrofahrt. Ich hasse diese Waffe, ne. Ich kann die gar nicht. Ich auch. Also wirklich... Ja, du kannst jede Waffe. Volle Pistolen, Mann. Ach. Die hab ich nur gelackt. Ja, ja. Oha. Ja. Ey, das ist schon wieder so unfair, Mann. Ich meinte, du hättest wieder nur deinen Arm. Ja. Warum kann der nicht einmal so'n Schuss treffen? Dann treff ich dich auch noch. Na ja, wieder nur deine kacken Arme, ey. Ja. Ja. Er hat sich die Waffe eigentlich ausgedacht, ey. Keine Ahnung. Mit einem fetten Visier drauf. Oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Okay. Oh Juge. Ich hintere dich wieder, weißt du. Ey, hallo. Danke. Achso, wie? Ich hab dich dreimal getroffen oder was? Ey. Ey, was ist denn das? Okay, du machst jetzt SMG oder SRV, ich mach wieder... Ich mach Diegel. Ah, okay. Also, dir ist alles hoffen. Ich mach Diegel. Okay, okay. Okay, okay. Oh, äh... Ja gut, ich hab mir bezogen mehr. Muss leider Waffe wechseln. Einmal getroffen. Äh, ja. Leider. Nein. Wir sind jetzt mal taktisch. In der Aufnahme sieht's bestimmt komplett komisch aus. Sag mal so, einmal wo du hingeschossen hast, da hast du mich getroffen und ich bin stehen geblieben. Hättest du weiter durchgezogen und hättest du mich getötet. Ich hab sogar falsch auf die Wand geschossen und einen 360 gemacht. Oh, Alter. Das wär's auch gewesen. Fuck. Fuck. Ja, brauchst du schon Dinger treffen oder was? Ja. Fuck. Der Schuss war knapp. Ohohohoho. Der war wirklich knapp. Alter. Ich hab ihn nach mir vorbeifliegen sehen. Nein. Will ich dich damit überhaupt killen? Weiß nicht. Oh, shit. Magst du mal warten. Hey. Hey, hab ich dich getroffen? Ja. Ey, was ist denn das? Jeder Hits ist bei mir nie ein Headshot, ne? Ich hasse es. Wo war nochmal Shotgun, oder? Äh, ja. Oh Gott. Naja. Oh nein. Ich hätte eh schon von dir, wenn du die Shotgun hast. Na, das glaub ich nicht. Das weiß ich jetzt, natürlich. Ich bin nicht auch direkt der mit Boss-Dreview um die Maprennen und alle One-Shot-Headshot gibt. Naja, ich würde mit ihr da was verlieren. Das ist nicht weit. Du hast belief. Ja, war luck. Ah, krass. Skill. Hm. Du we-match nochmal. Okay. Oh, geh mal da ne Drohne rein. Okay, warte. Geht nicht. Oh. Hm, hast du dich kaputt gemacht? Ja. Hä? Ich hab nicht mal Punkte dafür bekommen. Oh. Manu. Äh, nein! Was denn? Was denn? Ich hab grad geschossen. Ich hab grad geschossen. Ich hab grad geschossen. Ich hab grad geschossen. Oh. Oh. Was? Oh. Ja. Hä? Ach so. Alter, ich hab dich nicht gesehen, weil du so wie es hier im Weg war. Aber ich war blind. Ach. Nein. Henry, was hat denn der? Na, der hat ja einen B5 und die kleine Shotgun. Ah. 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 Natürlich bin ich die am B5. Nein. Naja, natürlich. Äh, 1-4-7. Stimmt. Oh. Fuck. Ey. Aua! 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 Ich bin so Kacke. Au. Mission failed. All Friendlies have been neutralized. Du hast mich einfach durch die Wand getroffen. Wunder. Ey, ich hab genauso viel Leben gefräumt gehabt. Keine Ahnung. Ja. M-m-m-m-alles. Ha, Carly. Reinander. Sicher, natürlich. Natürlich. Jetzt haut der wieder nach unten ab, oder was? Nein. Völder, ich hab nicht hier drauf gemacht und bin nach oben gegangen. Ah. Oh mein Gott. Ich hab dich nicht... Ich hab dich nicht... Ich hab dich nicht gehockt. Ich hab dich nicht gehockt. Vor der Tür. Das ist direkt an der Tür? Ja. Wenn man reinguckt, links. Ah, ja okay. Ich hab mir auch vorne mitgelegt. Oh, ich auch. Nee, 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 nee. Naja, will ich nicht. Jetzt hab ich ihn bekommen. Oh Gott. Hashtag Overtime oder Hashtag Sack zu. Das sagen die beiden beim deutschen News Podcast. Ah ja. Von einer Seite kommst du nicht mehr rein. Wer sagt das? Oh. Oh. Oh, jetzt bin ich da gegen das Kabel vom Bildschirm gekommen. Jetzt ist er wieder ausgegangen, der andere. Ich hasse das jedes Mal. Es hat eh wie ein Wackelkontakt. Das fangt richtig an. Oh Gott, ich wollte grad auf den Ventilator schießen, Alter. Haha. Ich dachte, das wärst du. Erstmal planten, würd ich sagen. Ja, Mann. Hey, wo rennst du denn jetzt hin? Haha. On-Spot. Ach fuck, jetzt bin ich wieder ausgegangen. Jetzt bin ich das dumm rumgerannt. Soll ich nicht reinkommen. Haha. Haha. Das ist es. Oh fuck. Haha. 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 Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschö mit Ö. Kitchener. Mario 2 Do. Anna. Prtal. Gott, Stewart. , Scha! Nach. Tag. Bis zum nächsten Mal.